Der neue Audi A7 ist die Essenz der neuen Audi Design Sprache. Das, was der A7 schon zeigt, diese Radbetonung, wir nennen das so Quattro-Muskel auf allen vier Rädern, das haben wir auch in Zukunft als Hauptgestaltungsmerkmal. Das Auto haben wir gestaltet, als der Vorgänger sehr erfolgreich im Markt war. Gerade mal drei Jahre, alle lieben das Auto, sehr progressiv, das sportlichste Auto in dem Segment. Mit einem Nachfolger, finde ich, muss man immer einen Design-Schritt machen. Jetzt ist es naheliegend zu sagen, wir machen den mal relativ klein, weil der Wagen ist ja jetzt sehr erfolgreich. Und dann braucht man wirklich Mut zu sagen, nein, wir ändern dem Auto deutlich mehr, als es vielleicht bei Vorgänger-Generationen war. Der neue A7 mit seinem tief positionierten und weit nach außen gezogenen Single-Frame vermittelt Präsenz und Dynamik. Das Besondere an dieser Generation A7 ist, dass wir ein viel größeres Rad haben. Die Spur ist breiter geworden, das Rad ist größer. Das führt dazu, dass dieses Paket hinten viel knapper geworden ist und das heißt, wir konnten es viel muskulöser heraus modellieren. Das führt dazu, dass das Auto wirklich sehr dynamisch, sehr sportlich, sehr tief und sehr breit aussieht. Inter ist eben nicht nur eine reine Skulptur, die ich anschauen kann, die kann ich auch fühlen. Ich liebe zum Beispiel diese Fläche, wo eine Applikation eben nicht nur ein Brett ist, beim Tischler bestellt, sondern durch einen Knick, einen Akzent nochmal exakt ausdrucksstärker wird. Es ist einfach die perfekte Komposition für alle Sinne. Für mich ist ein ganz emotionales Moment zu erleben, das Licht in Bewegung, nicht nur als Techniker, also in dem technischen Bereich, sondern auch als Designer. Da haben wir etwas an eine neue Ära gestartet, eine Ära im Design, also Licht in Bewegung. Wenn das Matrix angeht, ist es wie ein Theatervorgang, geht vor innen, auf und dann wieder zu. Also es freut mich total, dieses Licht in Bewegung zu setzen und zu gestalten. Die Basis auch von diesem Auto ist immer Designstrategie. Wir legen vorher wirklich fest, was wollen wir mit dem Auto. Wie wollen wir differenzieren, wie das Auto auch differenziert zu einem A6 am nächsten oder auch dem A8. Das machen wir zuerst und dann ist es so, dass wir wirklich weltweit alle Studios mit einbinden, die dann Ideen generieren. Das gilt für das Interdesign, für das Extradesign. Alle machen Vorschläge. Wir suchen dann im Team zusammen aus, welche Richtung wir als Modell umsetzen. Das haben wir bei dem A7, jetzt wenn wir über das Extradesign reden, mit vier oder fünf Modellen gemacht. Und dann haben wir uns am Ende für eins entschieden und das ist das Auto, was hier steht. Das ist das Auto, was hier steht.